Küchenlüftung richtig verstehen. Luftströme messen und regeln. Rentschler Reven. Pure Competence in Air. Besuchen Sie uns auf der ISH-Messe vom 11. bis 15. März in Frankfurt und wir zeigen Ihnen am Stand der Charco Group, wie intelligente Küchenlüftung gut funktioniert. Das ist Herr Martens. Herr Martens ist Architekt und plant für einen seiner Kunden eine neue Großkantine. Er muss bei der Planung viele Aspekte berücksichtigen, die für seinen Kunden von großer Bedeutung sind. Gesundheit der Mitarbeiter und Gäste, Brandschutz sowie reibungsloser betrieblicher Ablauf. Für Lüftungsplaner, Architekten und Ingenieure stellt die Technik hinter der Küchenlüftung bei der Planung von Großprojekten stets eine besondere Herausforderung dar. Aber was macht eine gute Küchenlüftung aus? Die Abluft soll zu 100% erfasst werden und absolut sauber das Gebäude verlassen. Die Zuluft soll beim Einfließen die Abluftprozesse nicht stören, die Luftströmungen sollen intelligent geregelt und Gerüche vollständig eliminiert werden. All das soll eine zeitgemäße Küchenlüftung können. Viele Anbieter werben mit diesen modernen Funktionen, doch nicht jeder kann halten, was er verspricht, weiß Herr Martens. Es gibt viele schwarze Schafe auf diesem Markt, daher sollte man darauf achten, dass die versprochene Funktionalität wissenschaftlich nachgewiesen ist, zum Beispiel durch Messung der Abscheidegrade unterschiedlicher Partikelgrößen. An unserem Messestand erfährt Herr Martens, welche Technologien bei der Entwicklung zum Einsatz kommen und wie die einzelnen Komponenten in einem Rentschler-Reven-System zusammenspielen. Bei der Produktentwicklung setzt Rentschler-Reven wissenschaftlich fundierte Methoden ein. Von größter Bedeutung ist dabei die CFD-Simulation. Sie ist zurzeit die einzige Methode, die es erlaubt, das Strömungsverhalten von Luftströmen zu begreifen und zu berechnen. Seit über 25 Jahren arbeitet Rentschler-Reven an der Optimierung der Simulation und kann so seine Produkte wie die X-Cyclone-Abscheiderserie ständig verbessern. Egal ob es also um das vollständige Abscheiden von Aerosolen, das intelligente Erfassen der Abluft oder das flüsterleise Einbringen der Zuluft mittels Reven-Zuluftgeräten geht, alle Funktionalitäten sind perfekt aufeinander abgestimmt, ihre Funktionalität ist nachgewiesen und sie wurden nach modernsten Industrie-4.0-Standards konzipiert. Das Herzstück der intelligenten Steuerung ist Reven Speed Control RSC. An unserem Messestand lässt sich Herr Martens von Hightech-Lösungen überzeugen, auf die er sich verlassen kann, ganz egal welches Projekt er in Planung hat. Alle Innovationen passen unter eine Haube und anhand unserer Modelle lässt sich die Technologie hinter Reven Speed Control leicht nachvollziehen. Um mit der Geruchsbelastung in Küchen jeder Größenordnung fertig werden zu können, ist ebenfalls Hightech erforderlich. Hier kommt das RGN99-System zum Einsatz, das die alten Aktivkohlefilter ersetzt. Das Granulat bindet Gerüche höchst effizient. Wenn es gesättigt ist, verändert sich die Farbe. Dadurch kann der Betreiber erkennen, dass der Filter gewechselt werden muss und so verhindern, dass nach und nach doch Gerüche freigesetzt werden. An unserem Messestand überzeugt sich Herr Martens persönlich von der Effizienz des RGN99-Granulats. In einer Glaskaraffe kann er eine Geruchsprobe nehmen, aber von der Knoblauchknolle riecht er bei Zugabe des Granulats rein gar nichts mehr. Faszinierend! Saubere Raumluft und eine gesunde Arbeitsumgebung. Das Erfassen und Abscheiden von Luftverunreinigungen ist unsere Kernkompetenz. Unsere Küchenlüftungen tragen außerdem ideal zum Brandschutz bei, denn Fettablagerungen bedeuten extreme Brandgefahr. Außerdem ist das neue RGN99-Granulat weniger brandgefährdet als Aktivkohle. Herr Martens ist begeistert. Rentschler-Reven bietet ihm genau das, was er für die Grußkantine seines Kunden sucht. Küchenlüftung 4.0. Und was ist mit Ihnen? Lassen auch Sie sich von Fakten und innovativer Technologie überzeugen und besuchen Sie uns auf der ISH-Messe vom 11. bis 15. März 2019 in Frankfurt am Stand der Charco Group. Rentschler-Reven – Pure Competence in Air. Besuchen Sie uns auch online auf www.reven.de